Jetzt Coutinho. Ja, Coutinho, super Pass. Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Rolf, was für eine Szene, was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhören. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da ab geht. Der neue Spielstand lautet hier also 3 zu 2.